Oh, ich bin instant draußen gelandet mit der Dead Cal, das heißt ich hab 8 Leben. 8 Leben. So. Und jetzt, einen hübschen Start. Einfach mal einen hübschen Start bitte, was das Item angeht. Ich spiele jetzt wieder mit der Tastatur. Vielleicht hilft es, ich meine mein Blue Baby Kill habe ich auch mit Tastatur gemacht, vielleicht liegt es ja daran. Komm, jetzt direkt was hübsches. Voll health, super. Und? Nein, 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 nein. Alles nur das nicht. Kein Dr. Fetus. Nicht in diesem Leben mit The Lost. Nicht in diesem Leben. Nein, nein, nein. Unter gar keinen Umständen wird das passieren. Unter gar keinen Umständen. Ich würde jetzt gerne wieder sagen, oh, da gibt es jetzt einfach gleich einen hübschen Devil Deal. Nein, es gibt keine hübschen Devil Deals für den Wolf. Nein, nicht mit The Lost. Gibt es einfach nicht. Da gibt es irgendein Verbot oder so. Joa, Glitch. Joa, die Spinne drängt einfach den Kopf raus. Es geht ab. Ist klar, ne? Okay. Jetzt sehe ich schon meinen Greenscreen-Bug drum. Dummes Ding. Puberty. Ist das okay? Das könnte bedeuten, dass hier irgendwo eine Bücherei ist und dann hoffe ich mal auf Book of Shadows oder so. Das wäre nicht schlecht. Wäre ein vernünftiger Start. Auf das Base-Taste. Komm mal, komm mal rum hier. Lock up, okay. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ganz ungünstig hier. Oh, Alter. Ganz ungünstig. Oi, 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 oi. Sowas kann mal ganz schnell Leben kosten. Mein Gott, komm. Jetzt habe ich einmal Glück mit der Kack-Dead-Cat. Ich habe acht Leben. Ich habe acht Leben. Lass mich die doch jetzt mal einfach. Gib mir ein leichter Gegner. Besten noch. Oh, vielleicht ist das Book of Revelations. Ich habe nämlich die Reiter recht gern als Gegner. Das wäre nice. Dann gibt es noch ein defensives Upgrade. Das wäre nicht schlecht. Nochmal Puberti. So, die Frage ist, wo ist was? Das ist leider der Shop. Das ist die Broken Stopwatch. Ich will aber die normale. Mal abgesehen davon, dass ich eh kein Geld hätte. Ja, dann schade. Dann ist in einem anderen Ding vielleicht eine Bücherei. Schlüssel. Ja. Schauen wir mal. Ne, Karten. Eine Menge, Menge, Menge Karten. The Moon. Magician. Strength. Dann zünden wir mal The Moon. Merken, das hat uns gar nichts gebracht. Ich habe jetzt eigentlich auf Coins gekauft. Dann hätte ich die Broken Stopwatch schon gekauft. So ist es jetzt nicht. Dann setzen wir die Two of Spades ein, damit wir zwei Schlüssel haben für den nächsten Ding. Und nehmen dann Strength mit. Okay. Schade. Ich habe auch was anderes gehofft. Dann gucke ich jetzt hier noch rein. Das würde ihm natürlich nichts bringen. Dann kann ich das öffnen. Vielleicht sind da ein paar Coins drin. Bob's Rotten Head. Der mit die Fassbauten kostet mich am Ende den Kopf. Weshalb ich... Na, mal gucken, was wir machen. Der Duke. Okay. Ich glaube, den Duke, da kann ich das gut einsetzen. Ja. Okay. Bob's Rotten Head mal useful, dass ich das noch erleben darf. Ich kann jetzt einfach nur noch auf den Duke gehen. Komm. Geh auf den Duke. Wäre hier wenigstens der Joker gewesen. Oh, Pendergramm ist okay. Okay, okay, okay. Er steigert ja auch die Devil Deals. Die Chancen. Okay. 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 Oh, nee, ey. Ich hasse Spinnen, ne? Spinnen sind mein absoluter Todfeind. Vor allem mit der Lost. Ja, Bob's Rotten Head macht gut, der Mensch. Das ist ja auch so weit so gut. Aber wenn du den einmal scheiße wirfst, ist er dort. Wenn du einmal Pech hast, macht's bam. Und Bob's Rotten Head hat dich gekillt. Komm her jetzt. Oh, was ist das? Ein Damage Upgrade. Okay, wir haben immerhin jetzt schon mal rote Tränen. War fast gar nicht so schlecht. Aber auch nicht dauernd. Noch nicht. Boah, schnell da rein in die Mitte. Das ist ja höchst gefährlich. Puh. Jetzt noch den Holy Mantle. Ja, das wäre ganz großes Kino. Was auch großes Kino wäre, wäre die Stopwatch. Dafür bräuchte ich jetzt aber erstmal nochmal einen Schlüssel. Oh, fuck. Jetzt habe ich mich voll erschrocken, ey. Help up. Hahaha. Witzig. Oder einfach mega epische Devil Deals. Komm schon. Oh, nee. Ja. Ich werde dein Leben verlieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sag ich doch. Es ist der Haunt. Ich hasse der Haunt. Wohin? Wohin? Das darf doch nicht wahr sein. Mama ist halt so. Er hat zwei Leben weggeworfen, ey. Mann. 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 Okay, es sind drei. Lass davon mal irgendwas Gutes dabei sein. Necronomicon. Okay. Dagger. Gab ich's Herboy. Hahaha. So viel zum Thema. Äh. Da ist, äh. Bestimmt was Gutes dabei. Nicht. Das darf nicht wahr sein, ey. Zweimal gestorben jetzt, ne? Sechs Leben noch. Okay. 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 Jetzt hätte ich gerne meine Blank-Card mit Jarriot wieder, weil jetzt habe ich das Second Vandal Dagger, das wäre recht nice. Ich habe jetzt schon wieder unzählige Money. Geht's. Oh Gott. Einfach mal kurz chillen. Schlüssel ist schon mal wichtig. Was haben wir hier? Hi Priestess. Joker. Sehr gut. Okay. 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 Ich mache, ich labere jetzt nichts mehr, ne? Ich bin jetzt mega, 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 mega konzentriert. Necronomicon ist auch nochmal ganz nett. Komm, bitte, 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 stopp, watch. Schade. Okay. Endlich ein guter Devil-Deal. Ja. Ja, da sagst du was. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Scheiße hier gewonnen ist. Jetzt Holy Mantle, das wäre der Übershit. Mulligan. Und eine Spider-Baby-Cheer-Yung. Okay. 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 Pestilence, super Das ist sogar wirklich super Weil dann habe ich nochmal ein defensives Upgrade Das Tears Down war ein bisschen ätzend Weil ich jetzt die Brimstone braucht jetzt ewig zum Aufladen Das war nicht gut Brimstone braucht jetzt ewig zum Aufladen Das war nicht gut, Leute Das war nicht gut Das war nicht gut Das Tears Down war nicht gut Irgendwas musste ja wieder sein Irgendwas musste ja wieder sein TSA, bitte, bitte Oh Das Calling Boah, das war wichtig Damit es wenigstens wieder genauso schnell auflädt Wie gerade eben Boah, das war wichtig Wartet mal Oh, scheiße Ich muss wechseln auf dem Controller Weil das ist hier immer noch Buggy mit dem Brimstone Der hört manchmal einfach auf Ich muss wechseln auf Controller Am Controller fühle ich mich mit Brimstone deutlich sicherer Oh, was ist das schon wieder Poison Tears Naja, okay Solange bitte noch ein Schlüssel kommt Wo man nämlich in den Shop gucken kann Komm, komm, komm Ich brauche einen Schlüssel Oh, das war knapp Range up Okay Na klar Kommt der Fallen Boah, geschafft Gimpy ist scheiße Boah Der Devil Deal hat nix mehr Drauf geschissen Weiter Boah Sechs Leben haben wir nämlich sogar noch 14 Minuten Will ich echte Boss Rush Oder will ich jetzt einmal nur der Lamp endlich schaffen Ich weiß es noch nicht Alter Refreshed and Protected Bringt nix Knuffig Boah, ist der schnell Speed Up wäre so ne Sache, die noch langsam mal ganz nötig wäre Ich hab's gerade nämlich gemerkt, der hätte mich nämlich fast erwischt Ja Das ist nicht so gut Äh Was ich jetzt mal mache ist das hier In der Hoffnung Ich hätte da ein Dry Baby vielleicht rausbekommen Oder so Scheiße, scheiße, scheiße Okay Das Tier ist ab Yes 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 Ich hab 99% Und das könnte der Run werden für die 100 Theoretisch Ich kaufe es, egal was es ist Secrets Okay Natürlich Bloß nichts, was mir noch hilft Komm jetzt Gappi werden Boah, das wäre der Hit Das wäre der Hit Also für den Bosstausch mache ich definitiv zu wenig Damage Das sag ich euch gleich 4 Shot Gab ich's Head Da ist das zweite Komm, lass da direkt das dritte drin sein Fuck Okay Boah Komm, 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 komm Okay Vielleicht hier auf den All Stats abhoffen Letzte Chance für den Holy Mantle Das wäre er so Ich bin schon Gappi What? Oh, klar Ich hab ja die Dead Cat Holy Shit Oh Shit Ja, klar Oh, damn it Das hab ich ja voll verpennt Abel Braucht kein Mensch Egal Ich nehm alles mit, was ich kriegen kann Oh Shit Ich bin ja schon Gappi Stimmt Ich hab ja die Dead Cat Das hab ich ja völlig vergessen Oh, damn it Oh, damit ist der Hybe mal so real Ey, der ist so real Warte mal Stars ist gut Taurus kann mir auch den Arsch retten Oh, Mann 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 Stimmt Wir sind ja schon Gappi, Mann Resistance Okay Wir sind aber noch zu langsam Wir sind mega, 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 mega langsam Ich will Ultra Gappi werden Hallo Holly Ja, stimmt Oh, shit Komm, komm, komm Ich muss schneller werden Stopwatch Warum krieg ich nie die Stopwatch Okay Scheiße Ich schaff den Bosshaush aber nicht Fuck Oder? Wahrscheinlich nicht Weiß gar nicht, was ich jetzt hier nach oben mit roten Kisten großartig will Boah, ich bin so langsam Ich bin so langsam Puberty Okay, ich hab Oh mein Gott, das könnte hinhauen Boah, das wird knapp Boah, komm schon Komm runter Okay, ganz ruhig Ganz ruhig, ganz ruhig Was nehmen wir mit Lokis Horns All Stats ab Schildet Schildet funktioniert mit Brim nicht, ne Also fällt Schildet weg Bandage fällt sowieso weg Was ist jetzt besser? Loki Ich hatte schon zweimal Lack ab, ne Was ist jetzt besser? Loki oder All Stats ab? Loki, oder? Was nehmen wir jetzt? Wie gesagt, Halo Halo Hm Weil ich lahm bin Ja, das ist durchaus wahr Damit werde ich ein bisschen schneller Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man Okay, 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 okay Oh shit, ich bin mega Mega nervös, ey Come on Strength gleich mal einsetzen Und ab dafür Schnell unseren Freund hier drüben down machen, bitte Wo ist er? Wo ist er? Er ist down Ich habe nur wirklich Angst Von meinem guten Kollegen Bloat Vor dem habe ich tierisch Angst und Respekt Ich habe nämlich leider nur einen Versuch Weil der Boss wahrscheinlich nicht mehr offen ist Danach Oh warte, jetzt ist Monstro 2 jetzt, oder? Ja Vorsicht, 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 Vorsicht Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ach, Pin Okay Oh mein Gott, ich war Ich Ab Herzrasen wie nichts Gutes War noch nie so nervös Ohne Witz Das war nicht mal bei Blue Baby war es so schlimm Blazer, mein Liebling Down, down Nein Er ist down, er ist down, er ist down Er ist down Nur noch Fallen ein Problem Nur noch Fallen ein Problem Ich muss, ich muss Richtung Fallen Ich muss wissen, was steht Oh mein Gott Oh mein Gott Holy Shit Und Moms Einoch Oh mein Gott Herzrasen Oh Gott Ich habe es Ich habe es Mit Lust Dem Boss Rush Oh Gott Meine Fresse Boom Baby Komm Und ich habe noch 6 Leben, glaube ich Boah Alter Meine Nackenhaare Fliegen gerade nach Afrika Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Die sind wirklich Die sind komplett woanders Aber nicht mehr auf dieser Welt Oh Gott Holy Shit, erschreckt mich doch nicht so Holy Shit Oh Gott Eternal Heart von Freddy Und noch 6 Leben Alles Wir geben alles Auf geht's Meine Nerven Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Meine Ohren sind taub Ich schwöre mein Gott Meine Ohren sind taub Äh Sind taub Ohne Witz Oh mein Gott Weißt du Das ist so eins der unbeschreiblichsten Gefühle Die ich ever hatte In meiner Gamer Lebzeit Oh mein Gott Oh mein Gott Komm schon Huh Komm schon Mann Wir sind auf dem Weg Ich weiß nicht warum ich das sprenge Ich weiß es echt nicht Ich weiß es einfach nicht Oh Gott Ja Als würde meine Ohren schlackern Ey Ohne Witz Komm schon Daddy Longlegs down Bam Krampus War klar Down Kohle Stacked Sogar mit Brimstone Oh Vor allem das geile ist Jetzt noch der Level Das hat mir Ich habe gar nicht Jetzt das geilste ist Das geilste ist Ich habe ungefähr den Boss Wasch so um 5 Sekunden Oder so gekriegt Um 5 Sekunden Nein Warum denn Darkness Oh mein Gott Oh mein Gott Wo ist was Wo ist was Down 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 Super Oh nein Oh nein 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 Ich habe so viele Fliegen Das wärs Komm schon Könnt dich mal ums Ei Und ihr seid live dabei Ihr könntet Tiers ab Nice Und ihr könnt ihr Zeuge werden Das war knapp Taurus Oh nice Scheißaufgaben hochstellen Jeder macht das Slame Boo Aus Komm Komm Okay Wir sind falsch Wir müssen wahrscheinlich Ganz komplett rum Natürlich kommt Fallen Okay Okay Und zwei Fallen wieder Vorsicht vor dem Brimstone Ne ist nur einer Okay alles klar Boah das wird ein langer Weg Das wird ein langer Weg zum Teufel Das wird ein langer 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 Weg Ja ohne Gappi keine Chance Ganz klar Da braucht man nicht lügen Hätte echt nicht gedacht Dass ich den scheiß Boss verschaffe Schon wieder? Wie oft willst du nur noch kommen? Nein Fünf Leben Ey das ist ja wohl ein Witz jetzt Und ohne Dead Cat sowieso nicht Ja klar Ich hab es ja auch schon immer gesagt Für den Boss versprachst du auf jeden Fall Brimstone Und Gappi ja dann sowieso auch Ha ist ja hübsch Okay komm Teufel Noch einmal gegen dich Und dann hat sich sie hoffentlich Taurus Boah ist das stark Boah ist Taurus stark Unbedingt um die Ads kümmern Nein Oh mein Gott er ist gerade gestorben gleichzeitig ne Er ist gerade mit gleichzeitig gestorben Oh mein Gott wie viel Pech muss man haben Vier Leben noch Da ist gerade allen Ernstes Satan in dem Moment gestorben Okay Wie viel Leben habe ich denn noch? Vier oder drei? Vier oder? Weißt du was ich jetzt nochmal Oh oh Das fände ich Gabi's Tail nochmal ganz witzig Nur um eine potenzielle Extra Chance Vier? Okay alles klar Vier Leben noch Jetzt kommt halt das Schlimmste ne Speed Up ist auch nochmal gut Taurus gut Ich hab das Buch Ja ja keiner soll Oh da ist der dabei der stirbt wenn alle tot sind Egal geht sich aus Das Buch brauchen wir Save Not Boah das war jetzt gerade geil mit Moms Eye So und jetzt so vieles spinnen wie mögen Alter 30 Minuten ich bin so stark in der Zeit Okay So ein bisschen off für meinen Für meinen Geschmack Ha 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 Boah der war richtig bitterschlecht ey Oh mein Gott ich bin falsch Ich bin falsch Sick Okay Scheiß ich dachte es wäre recht leichter Darkroom Oh ich bin falsch Das gefällt mir gar nicht Das gefällt mir gar nicht Oh 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 ne warte mal Ne 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 Shit Nein Okay Okay Oh so much spiders He 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 Oh nein Oh ich muss jetzt den Darkroom nicht allen Ernstes klären oder Scheinbar Ich wollte zuerst rechts oben Dachte mir das ist bestimmt richtig Oh Hä hier ist auch nicht richtig Zum Fick alter Musst du echt da hoch Oh der war gemein der Gegner Nein was da war ne Spinne oder was Nein Drei Leben noch Judgment Okay Keine Ahnung was du hast Aber irgendwas Komm Scheiße Drei Leben für the lamp Treasure map Gut ich weiß wohin Oder Oh verfickte Scheiße Ist es noch lang Boah Boah Dich hat Schiss ey Oh nein Nicht the cage Nicht the cage Warum muss da the cage kommen Warum muss the cage kommen Ja Drei eventually die blindfold Drei Das ist noch lang 不是 Drei Da question Nein At Drei 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 Sg Drei Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Raum noch. Ich brauche kurz einen Schnaps, warte mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe nur einen verfickten Versuch. Ein Versuch. Ich stehe einen Kill vom Real Platinum God entfernt, mal abgesehen davon, dass ich den Godhead dann noch suchen muss. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Mein Green Screen geht mir auf den Sack. Seit gestern spinnt der rum. Okay. Okay. Oh Leute, auf ey. Wie viele Fliegen haben wir denn? Okay, warte, ich muss noch mal reinklicken. Belief. Belief. Boah ey. Boah ey. Taurus. Taurus. Taurus Vorsichtig Warte, 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 ich habe nämlich die Steam-Errungenschaft bekommen Nein, es zählt nicht, es zählt nicht Das ist nicht wahr, oder? Oh mein Gott, ich habe es, ich habe es in Steam, ich habe es in Steam Aber im Spiel nicht Oder doch, ich habe 177 Secrets Das ist der real Platinum-God Es zählt, es zählt Ja, ich habe es geschafft Ja, ja, ja Oh mein Gott Jawohl, jawohl Yes, 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 yes Yes, 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 yes indeed Ja, ja Ja! 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 Er ist halt geteilt! Er ist halt geteilt! Er ist halt geteilt! Ohhoho Is Oh Oh God Oh Gott! 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 Jawoll! Jetzt werden die Daten werden kommen! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! Jawoll! Und zwei ministen! Bleib mal heute her! Mein Liebenspiel rastet aus! Ich raste aus! Alles scheißegal! Jawoll! Jawoll! ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr oh mein gott oh mein gott ich kann nicht mehr jetzt müssen wir nur noch den die 100 das soul glaube ich oder ist es das soll ja das soll und gott finden dann haben wir replettiert und noch ein bisschen hart vom schon so long us starten das game mal neu vielleicht steht es danach ich glaube nicht aber solange die scheiße gespeichert es ist mir alles scheißegal oh mein gott oh mein gott das zählt immer noch oder ja und noch ein eternal von pinus weil du der geist und gesagt dankeschön ich bin fertig mit den nerven ich weiß dass das letzte secret fehlt das ist der platinium gott leute drei items das muss ich noch finden die 100 den haben wir gerade freigespielt der soul das war gerade freigespielt haben und den gott gott hat den wir gerade freigespielt haben so sieht es aus und dann haben wir das letzte secret nämlich den real platinum gott ihr seid live dabei vielleicht für die leute die zum ersten mal dabei sind mein name ist riverus und nur noch drei items bis zum real platinum gott ja ja